Stalking kann betroffenen Personen das Leben zur Hölle machen. Wie das abläuft, wer das macht und vor allem was man dagegen tun kann, lernt ihr im heutigen Video. Hallo meine lieben Menschen und herzlich willkommen wieder hier bei Hilfe für Opfer von Narzissen. Mein Name ist Arti und heute gibt es mal wieder ein neues Video für euch. Vorab eine kurze Information, weil ich immer wieder gefragt werde, von wegen Corona-Coachings, wie läuft das, finden die überhaupt noch statt oder wie machen wir das jetzt. Ja ihr Lieben, ich coache noch aktiv und vor allem habe ich mein Angebot mittlerweile für euch sogar erweitert, weil es momentan eben Leuten, die zum Beispiel noch in der Beziehung feststecken, schwierig fällt zu telefonieren. Deswegen habe ich mittlerweile, biete ich auch E-Mail-Coachings an, Coachings über Messenger oder auch sogar über Skype. Ja, wenn ihr mal einen kurzen Spaziergang machen wollt, dann können wir auch über Videotelefonie miteinander sprechen. Genau, hier oben verlinke ich euch das nochmal, falls ihr ein Coaching buchen wollt, einfach mal draufklicken. Da kommt ihr zum Kontaktformular und da stehen nochmal alle Einzelheiten, was ich euch bieten kann, was euch erwartet, ja, welche verschiedenen Möglichkeiten es gibt und eben auch die verschiedenen Preise. Ihr werdet merken, die Preise sind sehr niedrig. Das liegt tatsächlich daran, dass ich genau weiß, dass wir Betroffenen oft nicht viel Geld haben. Und ich will mir hier keine goldene Nase verdienen, sondern euch einfach nur helfen. Ja, also nicht wundern, daran liegt das. Und dann könnt ihr mir einfach ein Formular zuschicken. Ja, so, jetzt kommen wir zum heutigen Thema. Ich hatte letzte Woche gefragt, was wünscht ihr euch, ja, und ihr hattet in großer Anzahl mir E-Mails geschrieben, von wegen, ihr möchtet gerne was über Stalking. Gut, das heißt, heute wird das Thema lauten Narzissmus und Stalking. Denn es ist klar, die meisten Stalker sind narzisstisch veranlagt, das ist ja klar, ne, da brauchen wir nicht groß drüber reden. Vielleicht guckt ihr euch dazu nochmal die letzten beiden Videos an, die ich gemacht habe. Hier ist die narzisstische Wut hier oben, guckt mal. Ja, und die narzisstische Krise verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Ich denke, es ist wichtig, sich diese beiden Videos nochmal vorher anzusehen, damit ihr versteht, warum Narzissten nach der Trennung Stalking anfangen. Ja, okay. So, kommen wir jetzt aber erstmal dazu. Ja, ich werde jetzt erstmal euch beschreiben, wie wird gestalkt, wer stalkt, ja, was für Gruppen stalken, was sind die Motive zum Stalken, was sind die Folgen, denn die sind leider verheerend für die Opfer. Und als allerletztes natürlich, was kann man dagegen tun, ja. Und hier habe ich auch mich nochmal beraten, tatsächlich mit Institutionen wie dem Weißen Ring und so, ja. Ich habe auch Polizisten im Freundeskreis und so, ja, da habe ich überall nochmal nachgehört, beziehungsweise auch nachgelesen, was man da wirklich tun kann. Das heißt, am Ende gibt es dann wirklich gute Tipps für die von euch, die darunter leiden. So, also fangen wir mal an. Wie wird gestalkt, ja. Also das geht, das fängt beim Telefon an, ja, dass es Telefon-Terror gibt im Sinne von ein unbekannter Anrufer ruft ständig an oder jemand wechselt andauernd seine Nummern, ja. Das heißt, blockieren bringt da nicht viel, weil immer wieder neue Anrufe eingehen. Das gleiche gilt natürlich für WhatsApp, SMSen, E-Mails, ja. Es ist ja heutzutage total einfach, sich eine Fake-E-Mail zu machen im Endeffekt und das machen die dann natürlich auch. Narzissten und Stalker sind, ja, mein Mäuschen, sorry, das war der Jora. Ähm, die sind ideal darin, ähm, sich Fake-Accounts zu machen. Da kommen wir später nochmal drauf. Das ist eine Spezialität von denen, ja. Äh, auch im Internet bei Cyber-Stalking. Da ist schon der nächste Punkt, Cyber-Stalking natürlich, ja. Das heißt, bei Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, Twitter, du wirst überall gestalkt, wo du einen Account hast. Okay. Ja, dann über E-Mails hatten wir schon, ähm, dann gibt es aber auch den Stalker, der Geschenke schickt. Ja, und das verwechseln dann viele und sagen, hey, aber der liebt mich. Doch deswegen schickt er mir Geschenke. Nein. Auch Geschenke schicken kann Stalking sein. Ich hatte schon mehrere Klientinnen, ähm, die wirklich, äh, den reinsten Psychoterror hatten und Angst hatten in ihrer eigenen Wohnung, weil sie wussten, dass derjenige immer zu gewissen Tagen Geschenke vor die Tür legt. Ne? Also nicht verwechseln hier, Geschenke hat nichts mit Liebe zu tun. Wenn du jemandem sagst, du willst keinen Kontakt und der legt dir trotzdem Geschenke vor die Tür, na dann gute Nacht, ja. Ähm, dann das Herumlungern vor der Haustür, das durfte ich tatsächlich schon am eigenen Leib erfahren. Und ich kann euch sagen, das ist so gruselig, ja. Ähm, und das war eine richtig gestörte Aktion, ja. Derjenige hat dann tatsächlich sogar noch ein Live-Video gedreht vor meiner Haustür. Ähm, und da geht dir wirklich das Puppeschen auf Eis, ja. Also das ist richtig gruselig. Und das war ein Typ, dem hatte ich vorher schon ganz deutlich gesagt, ich möchte keinen Kontakt mehr zu ihm. Und dann tauchte der vor meiner Tür auf und streamte das noch live auf YouTube, ja. Also Leute, wie gesagt, ich bin ja in der Öffentlichkeit, ja. Und ich habe wirklich schon Sachen erlebt, ja, das glaubt ihr nicht. Okay, das glaubt ihr einfach nicht. Und deswegen habe ich mich schon mehr als einmal in der Position der Betroffenen befunden und befinde mich auch immer noch, ja. Weil wenn du so eine große Seite hast wie ich, ja, dann wirst du andauernd bedroht, gestalkt, ja. Und das ist ganz furchtbar. Und deswegen bleibt bitte dran, am Ende gibt es die Konsequenzen. Da sage ich euch ganz genau, was ihr zu tun habt, weil ich habe das auch schon alles am eigenen Leib durch, ja. Aber die tauchen dann vor eurer Haustür auf, auch wenn sie vielleicht 600 Kilometer weit weg wohnen. Bei mir war es tatsächlich so, ja. Und umso ängstlicher war ich dann die nächsten Tage, vor die Haustür zu gehen. Also ihr glaubt gar nicht, wie einen das beeinträchtigt im Leben, ja. So, dann natürlich Briefe, ähm, äh, herumtreiben in der Nähe, ja. Umfeld fragen und beeinflussen gehört auch dazu tatsächlich, ja. Ja, also das, was Narzissten gerne nach Trennungen tun, ähm, wenn ihr Hoovering, hier oben nochmal das Video, ne, die Zurückholversuche heißt das, nicht funktionieren. Das passiert ja meistens im Guten erst, ja. Ja, und dann rasten sie richtig aus, wenn du nicht reagierst, ne. Ähm, und deswegen, und dann fangen sie ja an, dein ganzes Umfeld zu beeinflussen und schlecht zu reden. Und die machen tatsächlich nicht bei Freunden halt, sondern die gehen dann wirklich auch zu deinem Chef oder zu Kollegen, ne. Das ist ganz, ganz schrecklich, ja. Und, und spielen da groß das Opfer, ja. Und das funktioniert tatsächlich, weil dein Umfeld weiß ja nicht groß was davon, wenn du ihm nichts davon erzählt hast, ja. Ja, so, gut, aber das ist jetzt erstmal das Wie. Da gibt es natürlich noch tausend unterschiedliche Sachen, wie verfolgen, ähm, im Auto, unterwegs, ja. Also, da könnten wir jetzt ewig drüber reden, aber jetzt mal ein paar Beispiele, wie das Wie aussehen kann. Okay. Ja. Wer stalkt denn nun, ja? Ja, und hier gibt es, äh, sechs verschiedene Untergruppen von Stalkern, ja, weil natürlich sind die auch nicht immer gleich, ne. Ja, und deswegen möchte ich euch diese Gruppen jetzt mal kurz vorstellen. Die erste Gruppe, das sind die Zurückgewiesenen, ja, die, die das Gefühl von Demütigung und Zurückweisung erlebt haben, ja. Also, wenn du einfach die Beziehung mit einem Narzissen verlässt, ne, ob jetzt im Freundeskreis oder in der Partnerschaft oder auch, äh, wenn du kündigst, wenn du zum Beispiel einen narzisstischen Chef hast, ja, die sind dann immer oft auf Rache aus, ja. Ja, und das sind dann meistens auch die, die dein komplettes Umfeld dann zerstören wollen, ne. Ich hatte auch tatsächlich schon wirklich sehr erfolgreiche Menschen am Telefon, die, ähm, in einem bestimmten Sektor unterwegs waren, beruflich. Ja, ich darf natürlich jetzt nicht ins Detail gehen, ne, aber, ähm, die wurden dann tatsächlich von, von Mitbewerbern komplett fertig gemacht. Und es wurde überall, wurden Lügen erzählt, ja, wurde das Opfer gespielt und das ist ganz creepy, ja. Ja, das nennt sich dann übrigens auch, ähm, äh, Stalking-Persönlichkeit, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber jetzt will ich erstmal kurz die Kategorien abgrasen hier mit euch. Die zweite Gruppe sind die Beziehungssuchenden. Das sind dann die, die sich einbilden, du wolltest eine Beziehung mit ihnen haben, ja. Die denken, die deuten quasi deine Zeichen falsch, ja, und, und das sind natürlich, wie gesagt, viele von denen sind Narzissen, ja. Ja, die können einfach nicht deuten, wenn jemand Nein sagt oder wenn jemand was anders meint, als sie es verstehen, weil die eben eine verdrehte Wahrnehmung haben. Das hatten wir ja schon oft, ja. Das sind dann wirklich die, die dich mit, mit Geschenken und Liebe überhäufen, obwohl du es gar nicht willst. Diese Konsorten sind noch relativ harmlos oft, ja, äh, weil die tatsächlich, wie gesagt, einfach nur im Grunde eine Beziehung mit dir wollen. Aber auch das kann krankhaft werden und da muss man sich dann auch zur Wehr setzen, ne. Die schätzen halt deine Beziehungsbereitschaft komplett falsch ein und meinen, du willst sie unbedingt haben, ja. Jetzt kommen wir zu einer richtig üblen Kategorie, die durfte ich tatsächlich schon mehr als einmal erfahren die letzten vier Jahre und das sind die rachsüchtigen Stalker, ja. Und das sind auch die, die ihr wahrscheinlich dann oft erlebt habt nach den Trennungen. Kategorie 1 wird gern zu Kategorie 3, ne, die zurückgewiesenen. Das sind dann die Leute, die dich stalken, dein ganzes Umfeld manipulieren, beeinflussen, dich überall schlechtreden und noch behaupten, sie würden das tun, weil du die Böse bist. Also das muss man sich jetzt wirklich mal ganz genau überlegen. Die fühlen sich selbst als Opfer, sind dann übrigens auch wieder Narzissten, na klar, ne, weil die haben ja eine verdrehte Realität und die meinen ja immer, sie wären das Opfer. Ja, und verhalten sich dann offensichtlich wie Täter, reden sich das aber schön, weil sie meinen, sie hätten ja die, die Autorität dazu, denn du hast sie ja dazu gebracht. Ne, sie sind ja durch dich bedroht, also dürfen sie sich gegen dich wehren und terrorisieren dich. Stalken dich, terrorisieren dich, ja, ganz, ganz schrecklich. Und das sind die gefährlichsten von allen, weil denen kommst du mit Logik nicht bei. Denen kannst du nicht sagen, was soll denn der Blödsinn, das stimmt doch gar nicht, ich hab dir doch gar nichts getan. Ja, denn die sind ganz oft dann auch gerne im Wahn oder in Paranoia. Das heißt, die reden sich ein, ja, sie hätten Recht dazu, dich fertig zu machen. Ja, und wenn sie dann Hilfe bekommen, weil sie natürlich so perfekt das Opfer spielen, ne, weil wie gesagt, die verdrehen ja dann alles, was gewesen ist im Endeffekt und stellen es so dar, als wärst du die Böse. Ja, und wenn sie dann Hilfe bekommen, logischerweise, weil das ist ja ein Pool für Flying Monkeys, natürlich, ja, die springen ja sofort darauf an, dann nutzen sie diese Flying Monkeys aus, um die Rache fortzusetzen und sich daraus die Befriedigung zu bekommen, ja. Das heißt, dass sie dann von den Flying Monkeys noch das Recht bekommen, ja, also gesagt kriegen, ach du Armer, ja. Das ist für sie so ein Haar, ich wusste, ich hab Recht, ja, ich werde also noch bestätigt darin. Sie denken halt, wie gesagt, sie haben das Recht dazu. Also seid ganz vorsichtig, wenn ihr mal sowas erlebt, ja, wo ihr die Gegenseite nicht kennt. Es kann sich tatsächlich um einen rachsüchtigen Stalker halten, der gerade wirklich alles verdreht, ja, nur um den anderen wie einen Täter hinzustellen. Und der Betroffene weiß überhaupt nicht, wie ihm geschieht, ja, also ganz, ganz schrecklich ist das. Und dann gibt es noch die vierte Kategorie, das sind die krankhaften Stalker. Das sind dann die, die das aus Kontrolle und Dominanz machen, aus Grund eines Machtgefühls, ja, die quasi weiterhin nach der Beziehung die Kontrolle über das Opfer behalten wollen, ja. Und die installieren dann Spyware auf dem Handy und sowas, ja, merken sich komplett den Tagesablauf vom Opfer, also wissen minütlich genau, wo das Opfer sich befindet, ja. Und machen dem Opfer natürlich damit dann Angst, indem sie zum Beispiel Briefe vor die Haustür legen oder so, ja. Dann gibt es natürlich doch die sadistischen Stalker, das sind dann die, die ein Gefühl der Befriedigung aus dem Stalking ziehen. Das sind natürlich dann die Psychopathen, das ist klar, ne. Und dann gibt es noch die sechste Kategorie, das sind die attackierenden Stalker. Das sind dann diese Stalker, die dann auch das Gesetz brechen. Also das sind die, wo das Stalking nur eine Vorstufe ist, um sich an dem Opfer zu vergehen, ja. Also die, die Frauen irgendwo auf der Straße aussuchen, sie dann, ja, ihnen dann lang genug nachstellen, um zu wissen, wo sie sind und dann, ja, ihr wisst, was ich meine, ja. Aber da geht eben immer, das ist immer die Vorstufe zur Gewalt im Endeffekt, ne. Und das Opfer merkt da oft nichts von oder kennt auch den Stalker nicht, ne. Ja, jetzt kommen wir mal zu den Motiven. Warum stalkt jemand? So, und da haben wir natürlich die Sehnsucht nach Liebe, ja, das ist dann dieser Part, der sich in dich verliebt und denkt, du möchtest auch eine Beziehung, ne. Dann gibt es den Part, der Angst vor Verlust und Einsamkeit hat, das ist dann der, der nach der Beziehung eben dich stalkt, ja, und sagt, hey, lass uns doch nochmal probieren, ne. Dann, das geht auch einher damit, dann ist es Projektion. Wir wissen, dass Narzissen keine eigene Identität haben, ja, das hatten wir schon in ganz vielen Videos. So, was passiert denn jetzt, wenn der Narzisst dich verliert? Dann verliert er erstens seine Primärquelle und auch seine Identität, denn er hat ja deine übernommen. Narzissen übernehmen ja fremde Identitäten, weil sie selbst keine haben. So, wenn du jetzt also weg bist, haben sie das Gefühl, ihre Identität ist weg, also ihre Projektionsfläche auch, ja. Und die müssen sie sich zurückholen, ja, und da kommt dann eben auch eben oft die narzisstische Wut ins Spiel, ja. Dann fühlen sie sich gekränkt und gedemütigt und fertig gemacht und ganz, ganz furchtbar, ne. Und dann kommen eben diese Rache-Gedanken auch gerne zum Vorschein und da wollen sie dann eben Vergeltung üben. So, und jetzt greifen wir nochmal das auf, wo ich eben meinte, die Stalker-Persönlichkeit, ja. Was ist die Stalker-Persönlichkeit? Diese Person leidet an massivem Realitätsverlust und Realitätsverdrehung, eben wie ein Narzisst oft, ne. Der fehlt komplett das Unrechtsbewusstsein. Aber nicht komplett, sondern nur für diese eine Situation, weil sie ja denkt, sie habe die Berechtigung dazu, sich zu wehren gegen dich. Und verhält sich dann wie ein klassischer Stalker und Mobber, ja. Wie gesagt, rechtfertigt das aber dann selber, was übrigens auch Narzissten immer machen, ne. Narzissten sagen ja immer, du bist schuld daran, dass ich dich so schlecht behandle. Ja, verrückt, ne. Ja, die nehmen ihr Verhalten dann wirklich als normal wahr, ne. Und fühlen sich, wie gesagt, die stalken und mobben das Opfer, weil sie sich gekränkt fühlen und meinen, sie hätten das Recht dazu. Weil das Opfer sie zurückgewiesen hat, ja. Und alles, was das Opfer dann macht, ist für sie eine Provokation, die nur an sie selbst gerichtet ist. Gebt euch das mal. Das heißt, du lebst dein Leben ganz normal weiter, ja. Und der Mobber und Stalker bezieht aber alles auf sich. Mal wieder typisch Narzisst. Die denken, alles dreht sich immer nur um sie, ja. Natürlich. Aber der Narzisst fühlt sich dann in seinem Wahn dann natürlich bestätigt. Aha, ich werde weiter provoziert. Ich werde weiter fertig gemacht, ja. Deswegen darf ich das jetzt tun, was ich hier mache. Ja, und das rechtfertigt eben dann sein Verhalten für den Psychoterror, den er uns dann antut. Ja, und wie gesagt, das durfte ich schon mehr als einmal erleben. Punkt. Ja. Und das sind, wie gesagt, oft narzisstische Persönlichkeiten, die nach außen hin sehr selbstbewusst wirken, ja. Aber im Inneren natürlich ein kleines verkümmertes Kind sind. Ja, natürlich. Weil die leben ja in ihrem erhöhten Bewusstsein, ja. Wo sie immer meinen, sie wären die Besten. Ja, und wie gesagt, diese Täter stehen oft unter Wahn oder Paranoia. Die meinen, sich gegen vermeintlichen Gegner wehren zu müssen. Ne, also das heißt, in ihrem kranken Kopf seid ihr wirklich die Täter. Und sie sind das Opfer, ne. Aber das müsst ihr wirklich verstehen, weil ich wette, da gibt es jetzt ganz viele von euch, die aufatmen und sagen, um Himmels Willen. Und ich dachte, ich wäre das Problem. Nein. Wer dich mobbt oder stalkt, ja, der ist immer irgendwo gestört. Okay, und das darfst du wirklich für dich so annehmen. Es gibt kein Mobbing, das einen Grund hat, ja. Es gibt niemanden, der mobbt, der kein Mobber wäre. Versteht ihr? Ein Mobber, der tut, als wäre er ein Opfer, der ist kein Opfer. Ja, der mobbt ja trotzdem, ja. Merkt ihr das einfach mal. Es gibt niemanden, der mobbt, der irgendwie gesund im Kopf wäre. Mobber haben immer einen Knacks im Kopf, weil sie immer meinen, sie wären das Opfer und dürften sich so wehren. Aber normale Menschen würden sich gegen Täter ganz anders wehren. Du mobbst ja auch niemanden, um dein Recht zu bekommen. Sondern wenn du meinst, du bist im Recht, dann sprichst du denjenigen an oder eben, du machst es über einen rechtlichen Weg, aber du würdest ja nicht auf die Idee kommen, jemanden zu mobben und zu stalken, um dein Recht zu kriegen. Also das macht überhaupt keinen Sinn, das merkt ihr schon. Das ist diese typische narzisstische Verdrehung, ne. So, das sind jetzt die Motive. Aber, was passiert denn jetzt mit uns Opfern, wenn wir gestalkt werden? Und wie gesagt, da rede ich auch aus eigener Erfahrung die letzten vier Jahre. Kann ich euch wirklich sagen, ich habe alles durch. Die Folgen sind innere Unruhe, Angst. Du hast ständig Stress, weil du immer Angst haben musst, dass wieder irgendwas passiert, dass wieder ein Brief vor deinem Tür liegt, dass er dich wieder beobachtet, dass er wieder irgendwo bei deinen Chefs oder Kollegen angerufen hat und dich schlecht gemacht hat. Ja, du hast andauernd nur noch Stress. Und unser Körper ist nicht dafür ausgelegt, ständig Stress zu haben. Das heißt, es könnte auch dann auch sein, dass du psychosomatische Krankheiten entwickelst durch diesen Dauerstress. Schreckhaftigkeit gehört dazu, klar. Gerade wenn du ständig angerufen wirst vielleicht oder ständig E-Mails bekommst oder so, ja, dann verbindest du irgendwann das Klingeln des Telefons. Du assoziierst es dann mit was Schlimmem. Das heißt, sobald ein Telefon irgendwo klingelt, schreckst du schon zusammen, zum Beispiel. Ja, soziale Abkapselung. Menschen, die gestalkt werden, ziehen sich oftmals wirklich zurück, trauen sich gar nicht mehr, sich zu wehren. Wie gesagt, weil oft auch der Narzisst dann das ganze Umfeld mit reinzieht, ja, und dich im Grunde überall schlecht macht und du traust dich gar nicht mehr, irgendwas dagegen zu sagen, weil du Angst hast, dass es dann noch schlimmer wird. Das heißt, was passiert? Du kapselst dich ab, ja. Dann natürlich Vermeidungsverhalten. Was bedeutet das? Das bedeutet, du gehst zum Beispiel irgendwann gar nicht mehr raus. Ja, also wenn er dir ständig auflauert überall. Ich kann euch sagen, wo der Typ damals vor meiner Tür stand. Ich hatte wirklich Tage danach, hatte ich Angst zur Arbeit zu gehen. Und zum Beispiel auch zu Stammtisch treffen, ja, weil ich wirklich Angst hatte, der taucht einfach jetzt auf. Und das ist ganz furchtbar wirklich, weil man traut sich überhaupt nicht mehr, sein normales Leben fortzuführen. Ganz, ganz furchtbar ist das. Und Vermeidungsverhalten kann dann zum Beispiel auch sein, du gehst nicht mehr in einen gewissen Supermarkt, weil du weißt, dass er dann dir da vielleicht auflauert. Ja, also wo er dir auflauern könnte, da gehst du nicht mehr hin. Und, aber wie gesagt, wenn er dich dann halt extrem stalkt, dann kann es eben auch sein, dass du dich nicht mehr traust, zur Arbeit zu fahren. Ja, und dann wird es natürlich übel. Ja, oder du traust dich nicht mehr, was weiß ich mal, spazieren zu gehen, zum Sport zu gehen. Ja, also irgendwann traust du dich gar nichts mehr. Und das kann natürlich dann auch zu Depressionen und Panikattacken führen auf Dauer. Wenn du dich isolierst und abkapselst und gar nichts mehr machst, das kann zu Kontrollverhalten führen. Klar, also, weil du überall meinst, also Menschen meinen halt, wenn sie Dinge kontrollieren, dann kann nichts Schlimmes passieren. Ja, so entwickeln sich auch Zwangsstörungen. Okay, und durch Kontrollverhalten versucht derjenige dann halt vorher schon alles abzuchecken, dass bloß nichts schief gehen kann. Aber auch das belastet dich, ja. Ja, dann natürlich die ständige Angst beobachtet und verfolgt zu werden, logisch. Ich habe mir wirklich irgendwann Pfefferspray gekauft, weil ich mir dachte, okay, wenn der mir jetzt wirklich auflauert, dann, ne. Ja, dann natürlich Schlafstörungen, Albträume, das ist klar, ja. Du kannst entweder überhaupt nicht einschlafen, weil du dauerhaft nur noch darüber nachdenkst, ja. Und dann hast du dieses Gedankenkreiseln. Denn Albträume natürlich, weil deine Psyche das ja auch irgendwie verarbeiten muss, was da passiert. Und die Psyche greift immer zu drastischen Mitteln, gerade bei Träumen, ne. Das heißt, du erlebst da vielleicht diese Situation noch viel extremer. Und das lässt dich dann wieder mehr grübeln. Ja, die Folge davon sind natürlich Erschöpfungszustände bis zum Burnout, ja. Weil, wie gesagt, wenn du andauernd angespannt bist, immer auf, ne, halb acht immer gucken, oh Gott, wo kann ich jetzt noch hin, was kann ich jetzt machen, werde ich schon wieder beobachtet. Ähm, dann kriegst du irgendwann Erschöpfungszustände, das ist ganz klar. Das führt dann natürlich auch zu Konzentrationsproblemen, soweit, dass Leute sogar arbeitsunfähig werden. Ne, gerade wenn sie vielleicht auch im Beruf gestalkt werden, auch, ja. Dann trauen sie sich irgendwann gar nicht mehr ihre Arbeit zu machen, weil sie sich ständig beobachtet fühlen und wissen, dass da jetzt schon wieder irgendwas im Hintergrund läuft. Ja, sogar eine PTBS kann sich daraus entwickeln, eine posttraumatische Belastungsstörung. Also daran merkt ihr mal, wie krass das sein kann, ja. Also Stalking ist kein Kavaliersdelikt. Ich sag's nochmal, das ist nichts, wo sich Leute anstellen würden, ja. Oder, ähm, also ich hatte, wie gesagt, und ich hab auch meine Stalker. Ich weiß, dass ich meine Stalker auch hab, auch zum Beispiel hier bei YouTube, ja. Ähm, da könnt ihr vielleicht ab jetzt einfach mal drauf achten. Zum Beispiel ist es so, wenn ich ein neues Video hochlade, also das war jetzt die letzten drei Monate, dann hab ich in den ersten zwei Minuten krieg ich irgendwie zehn Dislikes. Ja, also ohne dass, das, also es sind auch immer, ist immer die gleiche Anzahl von Dislikes, ja. Deswegen weiß ich immer, da steckt immer ein oder zwei Personen hinter, die dann ganz viele Fake-Profile haben. Versteht ihr? Also, aber auch das ist Stalking, ja. Ich meine, die warten im Grunde nur darauf, dass ich ein neues Video hochlade, um das dann direkt down zu voten. Und weil sie dann, was weiß ich, meinen, äh, ja, mich würde das stören oder so. Mittlerweile, mich interessiert das überhaupt nicht mal, ne, das wisst ihr auch. Aber das könnt ihr mal schön beobachten, weil auch ich werde andauernd gestalkt. Das ist tatsächlich so. Und, ähm, aber ich geb da nicht mehr viel drauf. Ich hab mir eine harte Haut zugelegt und alles, was rechtlich relevant ist, ähm, das hab ich klären lassen, ja. Und das ist, wie gesagt, auch wichtig. Und deswegen kommen wir jetzt auch dazu, was könnt ihr tun? Was könnt ihr dagegen tun, ja? Falls es Kontakt geben sollte, also falls er dir irgendwo im Supermarkt begegnet oder auf der Arbeit oder so, dann wirklich ausweichen und ignorieren, ja. Und ich meine jetzt nicht, wenn er dir irgendwo nachts im Park auflauert, dann ist klar, dann sofort die Polizei rufen, das ist klar. Oder wie gesagt, von deinem Pfefferspray Gebrauch machen, je nachdem, ob du eins hast. Wenn du gestalkt wirst, rate ich dir immer, einen Pfefferspray dabei zu haben. Ist so. Ja, ähm, wichtig ist auch, dass du nicht versuchst, den Täter davon zu überzeugen, dich in Ruhe zu lassen. Weil wir normalen Menschen möchten Konflikte ja gerne lösen. Und selbst, wenn jemand total stalkt, ja, denken wir immer noch, hey, wir müssen einfach nur einmal da hingehen und sagen, hey, pass mal auf, jetzt hör doch mal auf mit dem Mist, ja. Und lass mich doch einfach mal in Ruhe. Das bringt nichts. Denn wie wir eben gelernt haben, sind diese Leute komplett, ja, haben massiven Realitätsverlust und eine komplett verdrehte Ansicht. Das heißt, gerade so die rachsüchtigen Stalker reden sich ja ein, dass sie ein Recht haben, dich fertig zu machen, weil du ja der Täter bist, ja. Das heißt, äh, da bringt es nichts hinzugehen und zu sagen, pass auf, es ist gar nicht so. Das würden die dir eh nicht glauben, ne. Ja. Wichtig ist, Vertrauenspersonen einzuweihen, Leute. Keine Isolation, bitte. Auch wenn es schlimm ist, auch wenn du das Gefühl hast, die sind schon verdreht worden. Weid Leute, an denen ihr vertraut. Eure Familie, eure Geschwister. Eure engsten Freunde und natürlich auch die Leute auf der Arbeit, ja sicher. Vor allem den Chef. Vor allem den Chef. Weil ich habe tatsächlich schon Stalker erlebt, die haben bei Personen auf der Arbeit angerufen, um die schlecht zu machen. Oder haben riesige E-Mails geschrieben mit Lügen und die dahin geschickt. Stalker schrecken vor nichts zurück. Und Stalker haben auch ein ewig langes Durchhaltevermögen. Die hören nicht auf. Ja, und die hören auch nicht auf, dich zu denunzieren. Weil sie ja meinen, sie haben recht. Das heißt, bitte weiht die Leute ein und auch euren Chef, wenn es nötig ist. Damit die euch nicht mehr bedrohen können. Damit die euch nicht mehr, ähm, nee, damit sie euch nicht mehr, doch, bedrohen können. Ja, weil ihr habt ja ständig Angst, dass er wieder auf der Arbeit anruft. Oder dem Chef was schreibt oder so. Ja, habe ich wie gesagt alles schon erlebt. Ja, also bitte weiht die Leute ein. Weiht sie ein, dass ihr gestalkt werdet. Okay. Wenn ihr übers Telefon oft gestalkt werdet, dann kann ich euch zwei Dinge empfehlen. Entweder legt euch eine neue Nummer zu. Ja, aber das bringt nur bedingt oft was, weil der Stalker die neue Nummer auch rausfindet. Oder ihr besorgt euch ein zweites Handy. Das bedeutet, ihr lasst die alte Nummer offen. Besorgt euch ein neues Handy mit einer neuen Nummer im neuen Vertrag. Benutzt nur noch das zweite Handy. Und das alte Handy lasst ihr weiterlaufen zur Beweisführung. Denn er wird weiter natürlich dann alles auf dieses Handy schicken. Logischerweise, weil er ja nicht weiß, du hast ein zweites Handy. Und dann kannst du wirklich Beweise sichern und zur Polizei gehen. Eine andere Option für einen Festnetzanschluss wäre eine Fangschaltung dir einzurichten. Da kannst du mal googeln, ja, was ist das? Im Grunde kann man dadurch unbekannte Nummern tracken. Ja, auch für die Polizei ganz wichtig. Also überleg dir, ob du eine Fangschaltung einrichten willst für dein Telefon. So, und ganz wichtig ist natürlich, eine Anzeige zu stellen. Eine Anzeige zu stellen ist mega wichtig. Und da habe ich mich lang vorgedrückt, muss ich wirklich sagen, weil ich so ein Mensch bin, der hat Angst vor allem und jedem, ja. Aber mittlerweile weiß ich ganz genau, ohne Anzeige geht das nicht. Ohne Rechtsanwalt, ohne Polizei geht nichts. Und genau das wollen die Stalker, ja. Die Stalker wollen, dass du so viel Angst hast und dir im Endeffekt selber einredest, du wärst der Täter, dass du nichts mehr tun kannst. Dass du wirklich denkst, okay, dann halte ich jetzt die Füße still und ertrage es einfach, ja. Genau das wollen die ja, damit sie weitermachen können. Und bei Stalking ist es genauso wie bei Mobbing. Wenn du den Mund hältst, hast du verloren. Das heißt, geh zur Polizei, such dir einen Rechtsanwalt. Ich weiß, es kostet Geld, gerade bei einem Rechtsanwalt, aber auch da habe ich sehr positive Erfahrungen gemacht, ja. Und vor allem den Seelenfrieden, den Seelenfrieden, Entschuldigung, den dir die Polizei dann gibt und ein Rechtsanwalt, glaub mir, das bewirkt ganz, ganz viel in dir. Allein, dass du weißt, gerade kümmert sich jemand darum. Das gibt dir schon so viel Seelenfrieden, ja. Und du hast eben das Gefühl, du kannst jederzeit dort anrufen und sagen, es ist wieder was passiert, ich werde wieder belästigt, ja. Du kannst jederzeit wieder da anrufen, auch wenn du einen Anwalt hast. Auch wenn er gerade nicht aktiv für dich im Dienst ist, kannst du dann ihn immer wieder reaktivieren. Der ist immer wieder für dich da, okay. Und das ist eben wirklich, wirklich wichtig. Vor allem, und jetzt sage ich euch mal was, ne. Es gibt ja das Stalking-Gesetz seit 2007 schon. Aber alle Leute, die schon gestalkt wurden, wissen, dass da bisher nur was bei Bedrohungen gemacht wurden, bei Hausfriedensbruch, bei Einbruch, bei Körperverletzung und bei Beleidigung. Naja, nicht wirklich schnell, ja. Aber 2016 wurde dieses Gesetz jetzt überarbeitet, erneuert, ja. Und jetzt ist es tatsächlich schon strafbar, wenn jemand dir so heftig nachstellt, dass dein Leben schwerwiegend dadurch beeinträchtigt wird, ja. Und das ist bei den meisten Leuten, die gestalkt werden so. Und sei es auch nur im Internet, das reicht schon, ja. Von daher bitte geht zur Polizei, sucht euch einen guten Anwalt und lasst die Regeln. Das funktioniert, ja. So, was haben wir noch? So, dann ist es wichtig, ein Stalking-Tagebuch zu führen. Was ist ein Stalking-Tagebuch? Das ist ein Tagebuch, wo du jedes Mal reinschreibst, wenn wieder was passiert ist. Also entweder, wenn du eine E-Mail gekriegt hast, eine Drohung oder wenn, was weiß ich, dir jemand aufgelauert ist vor der Haustür, wenn dich jemand verfolgt hat, ja. Und natürlich ist es gerade bei Cyberstalking, dass es, wenn alles online läuft, und ja, das gibt es auch, da könnte ich euch Geschichten erzählen. Dann ist es wichtig, immer alle Beweise zu sichern, immer. Beweise sichern ist das A und O. Ja, also immer Screenshots machen, runterladen, sichern, Polizei schicken, immer. Ja, und das Stalking-Tagebuch ist eher nochmal für dich da, um zu sehen, wie oft stalkt er dich. Und auch damit kannst du dann wieder zur Polizei gehen und sagen, hier, dreimal die Woche, viermal die Woche, einmal im Monat, ja. Es ist für die alles wichtig. Du hilfst denen dabei bei den Ermittlungen, ne. Das ist echt wichtig. So, dann ist es wichtig, dass du Briefe und Werbung nicht einfach mehr so im Hausmüll entsorgst. Denn auch bei solchen Werbungen und so, ja, da steht ja immer deine Adresse mit drauf und manchmal auch deine Telefonnummer. Also bitte, bevor du irgendwas wegwirfst, auch wenn es einfach nur Werbung ist, ja, oder Briefe, wie gesagt, ja, bitte ganz immer, also das lernt man auch in der Ausbildung. Spätestens, wenn du so einen kaufmännischen Beruf lernst, ich habe ja einen kaufmännischen Beruf gelernt, du musst immer deine Post richtig vernichten. Ja, also das heißt, du musst die ganz oft durchreißen, so oft, bis man wirklich nichts mehr erkennen kann. Und das gilt natürlich auch bei Stalkern, logischerweise, ja. Das heißt, bitte immer Briefe und Werbung nicht einfach mehr in den Hausmüll, sondern wirklich so bis zur Unkenntlichkeit zerreißen, vor allem, wenn dein Name draufsteht. Ja, wie gesagt, dann mit dem Rechtsanwalt auch mal klären, ob man eine einstweilige Verfügung machen kann. Ja, bei Stalking ist es gang und gäbe. Ja, es kostet natürlich ein bisschen was, aber auch da kann man Hilfe beantragen. Also ist es eigentlich auch möglich. So, jetzt gucke ich mal, haben wir noch alles? Haben wir schon alles? Ja, genau. Das waren jetzt so die Maßnahmen, die du tun kannst oder auch die Maßnahmen, die du nicht tun solltest. Ja, und ja, das waren erstmal so meine Tipps für heute. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch in der Community darüber austauscht, was habt ihr erlebt? Was habt ihr an Stalking, an Mobbing erlebt, ja? Wie ist das ausgegangen? Was habt ihr dagegen gemacht? Hat es was gebracht, ja? Weil ich meine, wir sind ja in der Community, ich weiß, ich mache die Videos, aber ich sehe uns schon immer als große Community, die sich gegenseitig hilft und unterstützt. Deswegen schreibt es doch einfach mal in die Kommentare, wie habt ihr es erlebt? Was ist passiert, ja? Und wann hat die Polizei eingegriffen und hat es was gebracht? Ja, weil ich habe schon bei ganz vielen Leuten erlebt, dass es sehr viel gebracht hat und auch bei mir hat es sehr viel gebracht. Also von daher, ich kann es wirklich nur unterschreiben. Sucht euch einen Anwalt, geht zur Polizei, lasst euch das nicht bieten und sucht euch auch vor allem psychologische Hilfe, wenn es wirklich Spätfolgen hat. Und das werdet ihr merken, ja? Wenn ihr zum Beispiel eine Depression abrutscht oder ein Vermeidungsverhalten, eine Erschöpfungssache, ja? Also da kann wirklich ein Psychologe helfen, ja? Vor allem, wenn ihr eben so einen rachsüchtigen Stalker habt, der euch ständig einredet, ihr wärt ein Täter und dass ihr es verdient. Wie lustig, gerade Polizeisirenen hier im Hintergrund, ja, passt ja. Nein, aber das kann wirklich helfen, wenn dir auch nochmal jemand Außenstehender sagt, du bist kein Täter, du hast nichts falsch gemacht. Ja, das ist seine verdrehte Persönlichkeit, die das so wahrnimmt, dass du böse bist, aber du bist es nicht. Ja, also das kann auch nochmal wirklich helfen und auch da nochmal Methoden zu lernen. Ja, das könnt ihr natürlich auch bei einem Heilpraktiker oder bei einem Coach, ne? Aber Heilpraktiker und Coach natürlich nur, wenn es jetzt nichts Akutes ist, sag ich mal, ne? Ja, und es gibt natürlich auch so Mobbing-Präventivstationen und so. Da könnt ihr euch dann auch melden, Weißer Ring zum Beispiel, ne? Ja, und ja, meine Lieben, das war ein sehr ernstes Thema heute. Wir sehen uns diesen Sonntag, Samstag nicht auf Instagram, ja, weil ich merke, ihr wisst ja, ich habe echt viele Coachings momentan und ich komme echt nicht mehr dazu, groß eure Fragen zu beantworten. Das heißt, wir werden das jetzt zweitwöchentlich machen, also nur noch alle zwei Wochen Samstags bei Instagram, weil ich echt, ich habe die Zeit nicht mehr, es tut mir leid, ne? Das heißt, diese Woche ist keine Fragerunde bei Instagram, nächste Woche dann wieder, ihr könnt uns ja einfach abonnieren bei Instagram, heißen wir Narzissmus Hilfe und da werde ich es dann ankündigen, wenn es dann wieder soweit ist. Ihr wisst ja, ich beantworte da immer eure Fragen kostenlos, ne, zu Narzissmus, aber wie gesagt, diese Woche leider nicht, weil mir echt die Zeit fehlt, es tut mir leid. Ja, ihr Lieben, bei allen anderen Anfragen, die ihr an mich habt, auch Coaching oder einfach so Fragen, einfach hier, schaut mal, ich habe die E-Mail-Adresse hier nochmal angezeigt. Könnt ihr euch gerne jederzeit bei mir melden. Kann natürlich immer ein bisschen dauern, bis ich antworte, das ist klar, ich kriege ziemlich viele E-Mails am Tag und deswegen arbeite ich die chronologisch ab. Wenn ihr ein längeres Anliegen habt, dann seid so nett und bucht ein Coaching, ja, weil ich kann keine ewig langen E-Mails lesen und dann einfach nur lapidar beantworten. Das wird dem Anliegen und euch einfach nicht gerecht, ihr Lieben. Ja, also dann lasst uns doch bitte zusammenarbeiten und ich vereinbare dann ein Gespräch mit euch und dann kümmern wir uns um euer Problem. Ja, wirklich, deswegen habe ich ja so niedrige Coaching-Kosten. Okay, aber ich kann wirklich nicht jede Lebensgeschichte lesen, weil da, mein Tag hat leider auch nur 24 Stunden und das würde leider vorne und hinten nicht passen. Deswegen stellt doch dann einfach eine kleine Coaching-Anfrage. Okay. Ja, so ihr Lieben, das war es dann erstmal für heute. Ich freue mich, nächste Woche Donnerstag gibt es das nächste Video. Oh Gott, ich sehe schon wieder 32 Minuten haben wir gesabbelt. Oh, aber das war wie gesagt auch ein langes Thema heute, ja, und wir müssen es ja wirklich komplett abarbeiten, deswegen passt es schon. Teilt das Video gerne mit anderen Betroffenen, weil es ist wichtig, dass sich das Wissen verbreitet, ja. Und ihr wisst es ja bei YouTube, ey, der Algorithmus schmeißt mittlerweile alles durcheinander und irgendwie habe ich das Gefühl, dass immer weniger Videos gesehen werden. Ich glaube, das kennen auch andere YouTuber und berichten auch die letzten Videos immer davon. Das ist echt so, irgendwas stimmt hier mit dem Algorithmus nicht. Also lasst uns daran arbeiten, dass sich die Videos weiter verbreiten, gerade so Stalking, ey, ich glaube, das betrifft jede Dritte von uns, ja. Also bitte Video verbreiten an andere Leute, schicken, teilen, 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 ja. Weil ich mache mir hier natürlich jedes Mal wieder enorm Arbeit für euch und es soll den Leuten ja auch helfen. Dafür mache ich das alles hier, gell. So ihr Lieben, genug geschnabbelt für heute. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder. Macht's gut. Vielen Dank.